Donnerstag im Grand Prix hier in Hamburg auf dem Derbyplatz. Begrüßen wir nun Mr. X, den 11-jährigen Trakenawaller von Egeos und Inessa Merkulova, Russland, Russia. Und noch schnell das vorläufige Ergebnis für Nuno Palma Santos und Rose Bonds. Es lautet 68,075%, 68,075%. Egeos und Rose Bonds 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020